Wir heißen heute Anne Deich aus Hamburg, Deutschland, Europa und der Welt. Herzlich Willkommen. Ich finde es gut, wenn wir letztens mal gemeinsam in dieselbe Richtung gehen. Das will ich heute sehen. Wenn wir nichts fordern, kommt genau das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.